ja 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 ein leute und wie kommen zu einer folge top-youtuber ihr seht jetzt hier schon den dritten platz feierfläge also Banner schon mal geil äh die Thumbnails auch richtig geil gemacht also ich hab nicht solche Thumbnails und dann kommt er schneidet auch seine Videos sehr gut warte bevor wir das anmachen wollte ich noch was anderes zeigen und zwar er hat er macht halt pvp also wer auf der pvp mag hier der nimmt pvp auf also schwimmen wir schon vor hier da kämpft er halt ist halt ein pvp also wer pvp mag sollte bei ihm vorbeischauen lass doch bei ihnen ein Abo da würde mich sehr freuen und ihnen ganz bestimmt auch fireflaser hd verlinke ich auch in den Kommentaren in der Beschreibung abonniert ihn abonnieren ist ja kostenlos sehen wir uns noch beim nächsten Video da wären wir beim zweiten Platz MR 1405 Thumbnail also Thumbnail sage ich schon Banner auf dem mega geil Thumbnails machte auch mega geile und er nimmt halt auch immer so so Minecraft halt und Minecrafter Minecraftler also er nimmt auch Minecraft auf er macht halt auch ganz lustige Videos immer Musik im Hintergrund er hat auch ein Intro sogar die gleiche Musik wie ich habe auf jeden Fall auch Intro logisch hier auf jeden Fall was soll jetzt sagen ja immer Musik im Hintergrund das ist auch geil immer leise Musik im Hintergrund ihr könnt auch gerne logisch wenn es nicht hat weil sie auch nicht auf immer mega geile Videos der Hacker und sowas nimmt da auf halt er nimmt halt Minecraft auf wie ich eben schon gesagt habe ich wiederhole mich Bad Wars ich kann nochmal kurz weiter gehen Endergames 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 Und wir gehen zum ersten Platz rüber Abonniert ihn MR1405 in der Beschreibung verlinkt Abonniert ihn und wir sind uns bei Platz 1 wieder Bye Leute und warum sage ich das gerade wir sind jetzt hier beim ersten Platz JG 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 auf jeden Fall mega geiles mega geilen Banner auf jeden Fall mal wieder da ist auch so ein Skin auf jeden Fall mega geiler Banner mega geiles Thumbnails immer immer mega geiles Thumbnails so er hat auch einen Kanal Trailer und hier auch ein Intro ich hab nur ab kurzem Sound rausgenommen weil das für mich vielleicht urheberrechtlich ist und deswegen ähm da Hallo der was ich jetzt auch richtig special finde er macht seine Videos mega kurz das ist auch das gute er hält sich halt mega kurz was ich nicht hinkriege er hält sich halt mega kurz ähm schneidet halt auf immer ist es spannend in den Videos er unterhaltet die Zuschauer richtig und das ich glaube hier kann man nichts mehr vergessen äh die Musik auch mit dem Jahr ja auch im Hintergrund können wir auf jeden Fall auch abonniert ihn 1 599 Abos okay äh JG er hat sogar sehr 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 viele Videos ab und was mir aufgefallen ist als ich dann guckte er diese Begrüßung ähm neuerlütige hallo kommt zu einem so bisschen ähnlich he er auf jeden Fall ja er macht halt hier auch ist das auf ein Dings nein nein das ist vom anderen Server ich glaube er hat auch ein ist er das es kann sein dass er ein eigener Server bin mir gerade nicht so sicher auf jeden Fall macht er Quick SG Skywars Jump Maze er macht halt sehr viele Sachen auf GOMHD.net hat er ein Secret gezeigt ja wie schon gesagt richtig alle Thumbnails alles drum und dran Livestreams macht er auch ein Minecraftler er macht auch hier was ist das? neues Projekt wow auf jeden Fall guckt ihn euch an abonniert ihn JG auch in der Beschreibung verlinkt 599 Abos abonniert ihn und ich hoffe euch hat das Video gefallen lasst doch ein Like da und Ciao Leute